Hallo und willkommen hier zu Pokémon, das Final Cut Spiel online wieder zurück und hier haben wir ein paar Booster Bags und die, was wir jetzt öffnen werden, um zu sehen, was da drinnen ist. Und zuerst den Turbo Start, was wir so bekommen haben hier. Okay, Wiegelaber, vorgestellte Karte, das neue mit Starre Lily und Sodamark und öffnen wir diese und ein Mewtwo X in Full Art mit Photonwelle und Psychoverbrennung. Das ist mal richtig schön. Fertig. So, jetzt kommt noch ein Turbo Fieber. Oh, nein. Ich möchte es öffnen. Ja. Und da, 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 da. Heider, die viel Neues. Also, das ist gar nichts. Laborat. Und... Ein Tandrak. Okay, schaut ziemlich cool aus eigentlich. Ich trage mit Unsicht und... Ah, mit Psyche und Wasser. Und jetzt öffnen wir noch XY Evolution. Und... Ein Carpenter. Cool. Oh, zwei gleich. Zuerst mal dir. Ein Mega Glurak X. Mit Feuerrotter Sturzflug 300 Schaden. Und... Ein fliegendes Pikachu. Das ist cool. Ich hab die, ich hab das Surfen der Pikachu schon echt. Also, als Karte. Aber das fliegende Pikachu hab ich noch nicht gesehen. Ah, das kann fliegen. Sehr cool. Und da, hier ein Full Art Mega Glurak X. Braucht zwar natürlich Glurak X, aber es ist ziemlich cool da. Dann öffnen wir noch das hier. Ja, okay. Ein Trick wird erstellt. Ein Tratsch. Ein Whatsapp. Wow, das ist cool. Ein Azumaril. Ein... Doppel... Doppel... Eigenschafthaltiges Azumaril. Mit... Wasser. Und Feetyp. Und das ist anscheinend ein Schillern. Das... Schaut cool aus. Also Nico. Und... Eingrüppung. Öffnet noch eins. Oh. Okay, das macht's gleich automatisch so. Oh, da sind wieder zwei. Ein Arctillus. Das schaut so cool aus eigentlich von Art weg. Und das ist hier drinnen. Ein Hoppa. Dimensionsheap. Ja, Portalheap. Nicht so schlecht. Fertig. Das war's. Die kommen das nächste Mal dran. Und ja, dann... Würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ich werde nochmal ein paar Spiel spielen. Diese kommen das nächste Mal dran und werde ich auch präsentieren, was ich da alles gezogen habe. Gut. Gut. helping. Bしました Bild und leer. Steigen. H Alternative. H